Hallo und Willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Ich habe schon zuerst ein Video gemacht, ich weiß nicht, warum es nicht aufgenommen wurde. Auf jeden Fall habe ich ein Clash Hard Video gemacht, aber egal, es ist halt nicht da. Aber auf jeden Fall wollte ich sagen, weil es hat einmal mal wer geschrieben auf YouTube, ich soll Clash Hard Videos machen, ich habe keine Lust mehr. Ich sage es euch, das Spiel ist einfach nicht mehr gut, leider. Es war früher gut mit der Clan drüber, jetzt gibt es immer nur Clankrieg. Mein Clan ist in der Krise, kann ich sagen, nur zwei spielen mit jetzt. Das ist scheiße, echt jetzt gerade. Es ist so fad, es ist wirklich so langweilig das alles geworden, seit die Clan drüber weg ist. Und darum mache ich jetzt keine, nie mehr. Da gibt es auf meinem YouTube Account, die du das Clash Hard Videos, nie mehr. Also schreibt mich bitte nicht mehr an. Ihr könnt etwas, aber auf jeden Fall schreibt in die Kommentare, was ich für Videos machen soll. Soll ich Kritiker an Ops spielen oder soll ich etwas anderes spielen? Also irgendwas runterladen, was anderes. Schreibt das in die Kommentare bitte, das würde mich sehr interessieren. Und ja, morgen kommt ein Video und da wird Kritiker an Ops. Also werde ich ein Video machen. Und vielleicht steht es schon mal in den Kommentaren, was ich für Videos machen soll. Das werde ich dann morgen runterladen, wenn ich etwas in den Kommentaren sehe. Und ja, tschüss. Und abonniert mich auf Insta, da heiße ich Lionel, alles klein Lionel, Strich Messi, alles klein Messi, Strich CR. Also C und R. Und das ist auch klein. Also alles klein. Und ja, lasst ein Abo da, dass ihr kein weiteres Video verpasst. Und tut einen fetten Daumen nach oben geben. Und ja, wir sehen uns morgen bei einem vielleicht anderen Video. Und vielleicht wird da sogar schon etwas gespielt. Schreibt es auf jeden Fall in den Kommentaren, was ich spielen soll. Und ja, bis morgen. Tschüss.